Juhu, ich bin da. Okay, let's go. Hey, ho. Let's go. Let's go. Oh, oh, ähm. Tja. Komm, es hat ja grob gepasst. Steffi, nimmst du auf? Ja. Ja, ich weiß aber nicht. Also benehmen. Aschen. Ihr könnt zurückblaschen. Labern. So ist es nicht, dass ihr Duftschüppelst und labern. Nein, nur vorbildlich. Da hören vielleicht Kinder zu. Es ist wirklich null. Ja. Bei mir ist, mein Kanal ist nicht ausschließlich für Kinder. An alle Kinder, die jetzt zuhören, wenn ihr nach Narnia wollt, rennt mit voller Wucht gegen euren Schrank und dann seid ihr da. Ja. Das ist eine gute Idee, ja. Und wenn es nicht klappt, ist es alles eine Frage des Anlaufs. Jetzt löst du noch das Wort. Oder auch nicht. Schade. Ach so, ja. Nimm mal, jetzt sag mal. Gleich mal vor so ein Stück. Auch nicht. So, um als wenn ihr schreiben könnt. Okay. Weiß ich es trotzdem nicht. Aha, ja. Naja. Das ist eine Waschanlage. Autowaschanlage geht auch nicht. Alles klar. Das ist eine Weckscheibenbisch, oder? Warte, ich muss die Auspuffrode hinmachen. Piep, piep, piep. Eigentlich ist nur noch mal ein Schild hin. Wir waren eigentlich schon echt mal dran. Weiß ich nicht. Wagen welche? Ne, es passt auch anders in den Tee. Ach, Strasse. Ah ja, gut. Oh, das wird gut. Gucken wir mal, ob ich das so zeichnen kann. Verpfiff ich dir rum? Verpfiff ich dir rum? So, Mann. Bigfoot. Ich weiß gar nicht, wie Bigfoot geschrieben wird. Eigentlich so, gell? I.O. So. Ja. Oh, nee, das ist der Food, ja. Achso. Ja, sehr gut. Wie wurde das geschrieben? Wie wurde das geschrieben? Gibt es nur einen Buchstaben? Nicht komplett falsch. Nee. Also, wenn du den Fehler fehlt, dann Buchstabe, oder? Ja, aber ja, nee. Sollen wir einen Tipp geben? Nee, nee, nee. Das erste. Also, ihr solltet noch mal gucken, vielleicht, ob es noch eine Alternative gibt mit weniger Strichen als ersten Buchstaben. Ja. Ich habe jetzt, das eine war closed. Ach, mit V. Ich kenne es eben anders. Ich kenne es. Ich habe mir sogar vorgeschrieben. Echt? Schnabel. Wo? Ja, stimmt. Ach, da. Minions. Ja, jetzt bist du aber spät dran. Bäm. Scheiße. Hä? Ah. Nee. Ah, nee. Kann ich was schreiben? Okay. Ja. Hä? Hm. Hm. Ich dachte, das ist vielleicht irgendeine spezielle Art von der Ganze oder so, oder? Nee, das war viel zu einfach. Nee, das war viel zu einfach. Nee, das war viel zu einfach. Okay. Okay. Aber ist noch schön. Ja. War ein schöner Schnabel. Sogar mit Glanz in den Augen. Ja, das war sehr schön. Ja, tatsächlich. Mit Glanz in den Augen. Voll toll. Okay. Das ist irgendwie... Nee. China. 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 Smog. Ja, stimmt ja auch. China. Da schaut's ja fast aus. Sieht aus wie ein Silent Hill dann. Ich hab mir übel Smog. Ja, genau. Nice. Ja. Hä? Das war vorhin noch drüber gesprochen haben. Ja. Ja, richtig. Nutsch, der Fichtet auf dem Flur. ich war nicht bei allem da ja ich war halt zum schluss da wo es um tee ging aber um eistee wir haben nur darüber debattiert gehabt dass man dann auch gut das eistee trinken kann im sommer so da habe ich gar nicht aufpasst um gottes willen nur schlimm sein uns langes wort oder ja die anderen waren aber auch nicht besser ach ich kann es haben schon ein bisschen ach so hast du auch schon Ah, Pferd. Ich sag halt, wie das heißt, manchmal hättest du den Namen ein. Sehr fix. Ich weiß halt leider auch nicht, wie es sonst sein soll. Wie gesagt, die anderen waren auch nicht besser. Ja, das ist halt eigentlich der falsche Begriff. Also du machst eigentlich den falschen Begriff. Das ist, ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt was sage. Es hängt mehr. Eigentlich hängst du außen dran. Ach nein, ist es echtes? Ja, ist echt das. Ah, okay. Ach, das war das hier, da, wo man dann rumgeschleudert wird. Ui. Kappen-Karussell. Ich bin, ich bin zu selten, ich bin zu selten auf irgendeinem Jahrmarkt. Woher soll ich das denn? Ach, das ist doch Kette-Karussell, dachte ich mir. Aber nee, das sind ja die Türen. Ich hätte vielleicht keine Tiere machen dürfen dann. Ja, stimmt. Okay, dann komm. Oh. Wer ist das Kette-Kette? Ich wollte auch gerade ein Kette-Kette schreiben. Ah, Kette. Irr. Irgendwie hat er immer Quadrate oder Kreise, gell? Nee, wir nehmen die andere noch. Aber Klaus, Klaus. Keine Ahnung. Was soll denn denn noch in Farbe sein? Stift, bitte. Ah, Klaus, was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, was Koffe ist. Können Sie mit Koffe sein? Okay. Ich habe es zwar erkannt, aber okay. Tja, würde jeder gerne haben wahrscheinlich. Nein. Definitiv nein. Nein. Okay, komm. Es ist ja schließlich kein Spoiler, weil es ja ein eigenes Dings ist. Hey, Mr. Wichtig, du machst da was nicht richtig. Bella, denken wir drüber nach. PlayStation. Wo soll da die PlayStation gewesen sein? Die PlayStation 5. Das war die 5er. Ja. Das war der Affe da hinten, da unten. Ja. Die PlayStation 5. Die neue Generation. Jeder haben will, die überall vergriffen ist, die über Bots weggekauft wird für 10.000 Euro. Ich habe gedacht, das fällt am ehesten ein, wenn man an PlayStation aktuell denkt. Ich habe gar nicht an PlayStation gedacht. Dachte mir, das ist ein Fenster im Affen. Ja, deswegen habe ich mir das wichtig gesagt, weil der redet doch über nichts anderes als über Konsolen. Nein, die Xbox sind schon. Ja, der redet aber auch über die Xbox und die PlayStation und wie scheiße die PlayStation ist und wie toll die Xbox ist. Ich kann die Xbox verteidigen. Weil die leise ist und keine Geräusche macht. Weil sie von Microsoft ist. Vor dem Update hat sie das nicht gemacht. Und weil sie von Microsoft ist. Das ist jetzt nicht wirklich ein Garant für gute Qualität. Nee, das nicht. Aber man kann zumindest besser mit Crossplay spielen. Ja. Wie mache ich das jetzt? Blöd jetzt. Ich weiß gar nicht. Nee. Nee. Ist das doof? Ist das doof? Ne, weg. Ich muss immer vorsichtig hinmaulen. Also. Also, dann halten wir auch. Ups. Umschrauer Raper. Ah, das hat man schon. Ich kann's echt nicht anders. Ich weiß nicht, wie. Oh Mann, ich erkenne das selber nicht. Quatsch. Ich weiß nicht, wie ich das malen soll. Ich weiß nicht, wie das genau ausschaut. Alter, echt jetzt? Was? Alter, echt jetzt? Da kannst du ja mal ein bisschen einen Hinweis dazu schreiben. Malen. Das ist gut. Ich hatte auch eins. Eigentlich ist es eher was für Kinder. Anders für ein Fahrrad. Kein Fahrrad ist es nicht. Du darfst halt jetzt sagen, du musst es dahin machen. Ja, ich sollte einen Hinweis geben. Jetzt ist es auch wieder recht, oder was? Du kannst nicht mal ein bisschen malen können. Ja, laber nicht. Äh. Ja, genau das. So, stimmt. Ach, Dreirad. Ja, weil ich nicht weiß, wie ich das malen soll. Hättest du einfach die Sau-Puppe malen müssen. Ja, genau. Oh, okay. Okay. Okay.